In der heutigen Folge schauen wir auf das gefährliche Spiel in den USA rund um das Thema Schuldenobergrenze und lüften das Geheimnis, welches Unternehmen die meisten Oscars und den bis heute erfolgreichsten Kinofilm in Deutschland für sich reklamieren kann. Märkte Kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie Marco Suttrup und René Aguilar. Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen. Ja, und wir starten wie immer mit dem Rückblick auf die vergangene Woche, heute am 16. Mai 2023. Ja, und das war eine relativ ruhige Woche. Eine Woche, in der sich bei den Indizes gar nicht so viel getan hat. Der DAX verliert in der vergangenen Woche 0,3 Prozent. Der S&P 500 in gleicher Höhe, minus 0,29 Prozent. Und der technologielastige Nasdaq aus den USA kann zulegen, im Gegensatz zu den beiden anderen Indizes um 0,4 Prozent. Ja, genau Marco, du sagst es ja schon, ein recht ruhiger Handel und es lag auch daran, dass in der letzten Woche die Inflationszahlen der USA für den Monat April bekannt gegeben wurden und diese in den Erwartungen bei 4,9 Prozent ausgewiesen wurden. Der Märzwert lag bei 5 Prozent. Ja, aber bis zum Ziel der 2-Prozent-Marke ist man dennoch ein Stück weit entfernt. Der Markt beobachtet jetzt an dieser Stelle, ja, dann auch, denke ich auch in Zukunft, die hohe Kerninflationsrate, die ausgewiesen wurde, bei 5,5 Prozent. Und diese wird dann auch Gegenstand der Betrachtung bleiben, wenn es dann um weitere mögliche Zinserhöhungsschritte geht in den USA, die aktuell eher nicht im Raum stehen. Genau, also von der Inflationsseite eher keine Überraschung. Ein Thema, auf welches die Börsen ganz sicher im Moment schauen, ist das Thema der Schuldenobergrenze in den USA. Die USA erhöht in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen diese Schuldenobergrenze, um dann eben seine Verbindlichkeiten ausweiten zu können. Das passiert in aller Regelmäßigkeit, oftmals auch nur ein Standardprozess, passiert mindestens einmal im Jahr. Im Moment ist da aber etwas mehr Sand im Getriebe. Vielleicht ganz kurz einmal zur Information. Aktuell liegt die Schuldenobergrenze in den USA bei 31,4 Billionen Dollar. Ich glaube, das sind zwölf Nullen, also an dieser 31,4 dran. Eine wahnsinnige Zahl. Und im Moment hakt es, ich sagte das gerade schon, bei der Erhöhung. Da nicht nur die Demokraten, die im Moment ja auch den Präsidenten stellen, zustimmen müssen, sondern eben auch die Republikaner. Die Republikaner haben in diesem Jahr im Repräsentantenhaus bei den Midterms die Mehrzahl an Sitzen gewonnen. Und aus diesem Grund müssen sie dann eben auch zustimmen. Und ja, es ist ein politisches Machtspiel geworden. Die Republikaner fordern eben auch einiges dann von den Demokraten, damit sie dann eben dieser Erhöhung zustimmen. Janet Yellen, Finanzministerin in den USA, ruft beide Seiten darauf, sich dringend zu einigen. Heute findet auch ein weiteres Treffen zwischen den Spitzenpolitikern statt. Sie sagt, dass ein Zahlungsausfall sonst katastrophale Folgen für die Weltwirtschaft hätte. Also sicherlich ein Thema, welches auch aktuell bleiben wird in den nächsten Tagen und Wochen. Wir werden ganz sicher dann auch weiter darauf eingehen. Vielleicht ganz kurz noch Blick auf die anderen Anlageklassen. Gold verliert auch in der vergangenen Woche 0,3% der Bitcoin mit einer stärkeren Bewegung nach unten. Minus 10,5% steht jetzt noch bei 27.100 Dollar. Immer noch 65% gemacht im laufenden Jahr. Also eine sehr, sehr gute Performance. Aber insgesamt, ja, die letzte Woche sicherlich da nicht die beste. Was sind die Gründe? Die Regulierung nimmt weiter zu. Die Geldpolitik natürlich über die steigenden Zinsen tut dem Bitcoin auch nicht gut. Ein Gerücht, was aufkam, sicherlich ganz interessant. Die US-Regierung könnte Bestände seines Bitcoin-Bestandes verkauft haben. Die USA soll über 200.000 Bitcoins besitzen, unter anderem aus Beschlagnahmen und so etwas, was insgesamt 1% von diesem gesamten Bitcoin-Angebot ausmacht. Und ja, dieses Gerücht kam dann eben auf, dass die USA verkauft hat, könnte eben auch für den Rückgang verantwortlich sein. Ja, das soweit vielleicht mal einmal zum Rückblick. Wir bleiben dann jetzt zunächst in den USA, René. Okay, ganz genau. Und so wie Sie es gewohnt sind in den letzten Folgen dann auch, behandeln wir jetzt im Mittelblock zwei Unternehmen. Ich würde mal starten und tauche in den Bereich des Zeichentrickfilmes ein. Es geht um das Unternehmen Walt Disney Corporation. Walter Elias Disney, besser bekannt als Walt Disney, war ein US-amerikanischer Trickfilmzeichner und Filmproduzent, der Mitte der 20er Jahre mit seinem Bruder Roy O. Disney das gleichnamige Unternehmen gegründet hat. Als kleines Trickfilmstudio gegründet ist das Unternehmen mittlerweile mehr als 185 Milliarden US-Dollar schwer. Und der erste große Star dieses Unternehmens war 1928 die Mickey Mouse, welche den Startschuss in eine goldene Zukunft dann auch geben sollte. Gefolgt von Schneewittchen, Pinocchio, Bambi, Dornröschen und vielen, vielen weiteren mehr. Ja, Sie werden sie alle kennen. Vielleicht mal ganz interessant. Das Dschungelbuch war der letzte Zeichentrickfilm, an dem Walt Disney beteiligt war, also Walter Disney beteiligt war. Schon während der Produktion ist er verstorben, es war Ende der 60er. Und ja, trotzdem war dieser Zeichentrickfilm ein echter Kino-Hit. Und ja, jetzt mal festhalten, vielleicht mal die Frage an dich, Marco. Welcher Film ist der bis dato meistgeschaute Kinofilm in Deutschland? Ja, das Dschungelbuch. Dreimal darfst du raten, genau. Und vielleicht noch ein weiterer Side-Fact. Ja, Disney, also Walter Disney wurde mit insgesamt 26 Oscars ausgezeichnet, was bis heute auch unerreicht ist. Weitere Meilenstamme in der Historie dieses Unternehmens sollten dann die Eröffnung der bekannten Vergnügungspark sein, ein eigener Disney-TV-Kanal, Disney Channel, eine eigene Kreuzfahrtsparte, sowie dann jetzt jüngst der Launch des Streamings-Angebots Disney+, um dort auch ein Konkurrenzangebot zu schaffen, on demand, also auf Abruf zu den großen Gegenspielern Netflix und Amazon. Also wirklich ein sehr, sehr breit diversifiziertes Portfolio dieses Unternehmens. Und warum hole ich so weit aus? Dieses Unternehmen hat vergangenen Mittwoch Zahlen zum zweiten Quartal ihres Geschäftsjahres verkündet und hat eher ein gemischtes Zahlenwerk zum Besten gegeben. Also der Umsatz, erstmal zum Positiven, der Umsatz ist um 13% gegenüber des Vorjahresquartals auf 21,8 Milliarden US-Dollar gestiegen. Der operative Gewinn in diesem Zeitfenster lag bei 3,3 Milliarden US-Dollar. Auch das alles soweit im Rahmen der Erwartung. Und ein Treiber für diese guten Zahlen an der Stelle waren die hohen Kapazitätsauslastungen der Themenparks, also hohe Besucherzuwächse in Shanghai, Hongkong und Paris. Und der Bereich der Kreuzfahrten, seinerzeit stark gebeutelt durch Corona, nehmen wieder an Fahrt auf und vermelden stark steigende Passagierzahlen, weshalb mittlerweile sogar auch ein fünftes Kreuzfahrtschiff in der Richtung geplant ist. Also man sieht dort schon die hohe Beliebtheit, die Kraft, die Einzigartigkeit dieser Marke Disney. Aber jetzt eher mal zu den negativen Treibern, wo sich der Markt dann jetzt mal vorweggenommen dann auch darauf fokussiert hat. Also das mit viel Wachstumsfantasie belegte Streaming-Angebot Disney Plus hat eher schlechte Zahlen dann zum Besten gegeben. Die Abonnentenzahlen sind um zwei Prozent gefallen auf 158 Millionen Kundenkonten. Der Markt hat eher eine leichte Steigerung erwartet. Und ein Hauptgrund für diesen leichten Rückgang war das Indien-Geschäft, da man in Indien eine Sportlizenz verloren hat für den Volkssport Cricket. Das hat sofort Auswirkungen dann auch gehabt. Und Disney verzeichnet in diesem Bereich weiterhin einen operativen Verlust. Dies auch nicht unerheblich. Dieser Verlust in dieser Sparte liegt bei 659 Millionen US-Dollar. Der Verlust war dennoch geringer als erwartet. Ja, und dennoch stark defizitär. Und einen weiteren Push in dieser Richtung könnte dann jetzt in Zukunft dann die Einführung eines werbefinanzierten Angebots in Europa werden. Man wird es dort beobachten müssen. Also wie gesagt, der Markt hat sich auf diese schlechten Abo-Zahlen fokussiert. Und deshalb gab dann die Aktie auch jüngst dann relativ stark ab und ist um zehn Prozent gesunken und notiert aktuell bei 92 US-Dollar. Die DZ-Bank bekräftigte dennoch weiterhin das Kaufenurteil und sieht den Fair Value bei 135 US-Dollar, was einem aktuellen Kurspotenzial von 46 Prozent entspricht. Und ja, ich glaube, dieses markenstarke Unternehmen dürfen wir weiter für sie beobachten. Aufgrund seiner Vielfältigkeit und der Historie mit Sicherheit nicht ganz uninteressant. Ja, und das soll es dann auch zu Disney gewesen sein. Marco, wir richten den Blick dann wieder nach Deutschland, genauer nach Leverkusen. Genau, wir kommen zu Bayer. Vielleicht nicht ganz so glanzvoll vom Namen wie Walt Disney. Aber Bayer natürlich auch ein sehr großer und sehr wichtiger Konzern für Deutschland, der in der vergangenen Woche Zahlen vorgelegt hat. Relativ schwache Zahlen, also starke enttäuschende Zahlen kann man sogar sagen. Ich gehe gleich auf den Börsenkurs nochmal ein. Der Umsatz lag bei Bayer im ersten Quartal bei 14,4 Milliarden Euro. Das ist ein Prozent weniger gewesen als im Vorjahr. Vor allem das Pharmageschäft schwächelte hier wohl im ersten Quartal. Und das Ergebnis, also der Gewinn lag mit 4,5 Milliarden Euro sogar fast 15 Prozent unter dem Vorjahresvergleich, unter dem Vorjahresquartal. Außerdem warnte der Vorstand über Risiken für die weitere Gewinnentwicklung im laufenden Jahr. Der Hauptgrund ist hier genannt worden, das ist der Glyphosatpreis, der im Moment schneller sinkt, als es noch vor einigen Wochen und Monaten prognostiziert wurde. Und insgesamt diese Mischung aus schwachen Zahlen und auch die Gewinnwarnung für das laufende Jahr haben dazu geführt, dass die Aktie dann doch sehr, sehr stark unter Druck geraten ist. Es verliert in der vergangenen Woche 8 Prozent, ist damit sicherlich das DAX-Schlusslicht oder zumindest eins der DAX-Schlusslichter im laufenden Jahr, liegt die Performance mit 12,5 Prozent, aber immer noch auf einem wirklich sehr, sehr ordentlichen Niveau. Der Fair Value der DZ-Bank liegt im Moment bei 75 Euro. Aktuell der Kurs steht bei etwas über 52 Euro, das heißt Aufwärtspotenzial von etwa 40 Prozent, die Dividendenrendite liegt aktuell bei 4,5 Prozent. Nun richten wir den Blick in die Region, genauer gesagt ins östliche Münsterland, nach Sassenberg. Ich glaube, in Folge 4 oder 5 des Podcasts hatte ich an dieser Stelle schon mal von Technotrans berichtet, ein Spezialist im Bereich Thermomanagement, unter anderem, ja auch dort ausführlich berichtet über den Zukunftsweg Future Ready 2025. Vielleicht bei Interesse nochmal gerne reinhören in die Folge. Technotrans hat in der letzten Woche Zahlen präsentiert und dort ihren Wachstumspfad auch bestätigt. Im ersten Quartal 2023 wurde ein Konzernumsatz in Höhe von 68,3 Millionen Euro erzielt und dies entspricht einem Zuwachs von 20,6 Prozent gegenüber des Vorjahres. Das operative Konzernergebnis verbesserte sich ebenfalls deutlich und zwar um 13,7 Prozent auf 3,5 Millionen Euro und zusätzlich wurde die Dividende ja sehr, sehr stark erhöht um 26 Prozent auf 64 Cent je Aktie. Ich glaube, Marco, auch wieder ein weiterer Beleg dafür, wie stark unsere Region hier im Münsterland ist. Absolut und ja, dann sind wir mit der Folge soweit auch schon durch. Wir kommen noch kurz zum Ausblick. Es wird jetzt insgesamt, was die volkswirtschaftlichen Termine angeht, etwas ruhiger. Heute am Dienstag werden die Einzelhandelsumsätze aus den USA bekannt gegeben. Am morgigen Mittwoch Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt aus Japan und am Freitag kommen dann die Inflationsdaten aus Japan nochmal. Von den Unternehmen her berichten jetzt am heutigen Dienstag Vodafone. Morgen ist die Commerzbank dran, unter anderem Siemens gibt Zahlen bekannt. Aus China Alibaba, USA Walmart dann am 18. Mai. Also auch in der kommenden Woche dann sicherlich wieder einige Themen, über die wir dann berichten können. Vielleicht hat man da nochmal interessant, also man sieht jetzt, dass von der Unternehmenseite es ruhiger wird. Vielleicht nochmal einen kleinen Rückblick. So circa 70, 75 Prozent der Unternehmen haben besser als erwartet berichtet. Auch das spricht glaube ich dafür, was wir zu Anfang gesagt haben im Rückblick, dass der Markt sehr stabil ist. Genau, insgesamt sicherlich kann man ein positives Fazit sehen nach dieser Berichtssaison glaube ich auch. Und genau, wir gehen dann in der nächsten Woche wieder darauf ein. Wir hoffen, Ihnen hat es gefallen. Wenn es so ist, dann geben Sie uns gerne Feedback unter podcast.tv private banking. Empfehlen Sie uns weiter oder abonnieren Sie uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Woche. Ciao. Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team